Lassen Sie uns ganz kurz über Daimler sprechen. Wir haben ja schon vor wenigen Tagen mal angedeutet. Charttechnisch ist die Aktie nach wie vor in einer sensationellen Verfassung. Das heißt, wir haben einen super Aufwärtstrend. Im Jahr 2015 mehr als 30 Prozent hat die Aktie zugelegt. Jetzt befinden wir uns langsam in einer Konsolidierungsphase. Die Aktie läuft hier ein spitzes Dreieck hinein. Wir hatten am Mittwoch Kurszieleinhebungen von BNPX Sun auf 95 Euro. Der Analyst Christian Ludwig vom Bankhaus Lampe hat sogar noch nachgelegt, nämlich auf 105 Euro. Und am Donnerstag kommt Goldman Sachs, renommierte US-Investmentbank, mit einem Kursziel von 110 Euro. Ganz spannend wird es natürlich am 28. April, denn hier wird Daimler die Quartalszeiten veröffentlicht. Ich selber rechne mit einem super Zahlenwerk und ich gehe auch davon aus, dass die Aktie sich jetzt nach dieser Konsolidierungsphase wieder nach oben bewegen wird. Also das heißt, auf diesem Niveau durchaus erste Käufe, also versuchen den Fuß in die Tür zu stellen. Spannende Entwicklungen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer wieder davon ausgehen, dass die Aktie vielleicht nach der super Performance noch einen Rücksetzer hinlegen wird. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir vielleicht mit Abstauberlimits agieren im Bereich von 85 Euro und auch im Bereich von 82 Euro. Mein Gott, wenn wir nicht zum Zug kommen, scheißegal, kein Problem. Aber ganz wichtig ist die Tatsache, dass wir uns einfach mal hier positionieren, auf mögliche Rücksetzer vielleicht einstellen. Denn nichtsdestotrotz, wir erwähnen, ich glaube, dass die Aktie jetzt nach oben durchstarten wird und dementsprechend positionieren wir uns hier mit einem ersten Limit, mit einem ersten Zukauf und dann dementsprechend nach unten noch das eine oder andere in den Markt setzen. Da sind wir hier gut dabei. Daimler bleibt einer der spannendsten DAX-Titel, auf jeden Fall auch VW. Von daher, mit diesen beiden Autotiteln ist man im deutschen Markt auf jeden Fall super positioniert. dann muss ich hier mit einem anderen Punkt drauflegen. Untertitelung des ZDF, 2020